Hallo zusammen und willkommen. Darmbeschwerden sind ein weit verbreitetes Problem. Kaum jemand kennt das Gefühl von Verstopfung oder anderen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Verdauung nicht. Dabei ist ein gesunder Magen-Darm-Trakt eminent wichtig für das Wohlbefinden des Menschen. Wer zum Beispiel nur jeden zweiten Tag oder noch seltener zur Toilette muss, bei dem ist irgendwas nicht in Ordnung. Menschen mit einem gut funktionierenden und gesunden Stoffwechsel entleeren ihren Darm etwa zwei bis dreimal täglich, sodass verdaute Nahrungsreste nie lange im Körper verbleiben. Tun sie es doch, können mögliche Doxine im Kot viel leichter durch die Schleimhäute der Darmwand wandern und im Körper verbleiben. Ein Darm, der in größeren Abständen entleert wird, speichert also Schadstoffe anstatt sie auszuscheiden. Nicht verwunderlich also, dass viele Krankheiten auf einen ungesunden Stoffwechsel zurückzuführen sind. Wer immer wieder Schwierigkeiten mit einem gesunden Rhythmus bei der Darmentleerung hat, kann sich mit einer Vielzahl von Hausmitteln helfen, um den gesamten Trakt wieder in einen gesunden Zustand zu versetzen. Damit werden nicht nur schädliche Rückstände beseitigt, sondern auch die Basis für einen zukünftig besseren Stoffwechsel geschaffen. Welche einfache Hausmittel helfen, stellen wir dir heute vor. Los geht's! Nummer 1 – Frisch gepresster Apfelsaft Pektin ist ein äußerst wirkungsvoller Ballaststoff, der nicht nur die Verdauung ankurbelt, sondern auch einen positiven Effekt auf die Ausscheidung hat. Darüber hinaus bindet der Ballaststoff Gifte, sodass der Grundreinigung des Darmes nichts mehr im Wege steht. Nun könnte man morgens drei Äpfel vor dem Frühstück verzehren, selbstverständlich wie bei allen Darmreinigungen auf nüchternen Magen. Sehr viel effektiver wäre allerdings die Aufnahme der Pektine durch frisch gepressten Apfelsaft. Innerhalb von 30 Minuten sollte danach zusätzlich ein großes Glas Wasser getrunken werden, um den optimalen Effekt zu erzielen. Nummer 2 – Leinsamen Leinsamen enthalten von Natur aus viele Schleim- und Quellstoffe, die sich positiv auf den Magen-Darm-Trakt auswirken. Durch seine Hilfe kann man die Darmregion auf eine schonende Art und Weise reinigen. Für die Vorgehensweise gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Die Leinsamen können ganz einfach über das Müsli zum Frühstück gestreut werden oder in dem Brotreich gemischt werden. In geschroteter Form kann man ganz einfach morgens und abends einen Esslöffel Leinsamen mit einem Viertelliter Wasser mischen und trinken. Alternativ dazu ist es auch möglich, die Samen trocken zu schlucken und im Anschluss die Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Die effektivste Variante ist allerdings die Gewinnung von sogenanntem Leinsamenschleim. Dazu müssen die Leinsamen etwa zwei Esslöffel über Nacht in einem halben Liter Wasser eingeweicht werden. Am folgenden Tag kocht man die Mischung kurz auf, sodass noch mehr Schleim entsteht. Das Gemisch muss nun noch durch ein feines Sieb gegeben werden, um den Schleim von den Samen zu extrahieren. Anschließend kann der Schleim über den Tag verteilt aufgenommen werden. Auch hierbei ist eine große Aufnahme von Flüssigkeit wichtig, da die Samen sonst nicht die gewünschte Wirkung erzielen können. Nummer 3 Sauerkraut und sein Saft. Auch Sauerkraut und Sauerkrautsaft sind äußerst förderlich für eine Darmreinigung und einen gesunden Stoffwechsel. Für eine richtige Sauerkrautkur sollte zwei Tage lang nichts anderes als Rohsauerkraut auf dem Speiseplan stehen. Für eine etwas abgeschwächte, aber dennoch sehr effektive Variante wird das gesunde Kraut einfach an einem oder zwei Tage in der Woche gegessen. Sauerkraut enthält viele Ballaststoffe, Milchsäurebakterien und probiotische Kulturen, die allesamt für eine gründliche Reinigung des Darmes sorgen. Ergänzt werden kann dieser Effekt natürlich auch mit Sauerkrautsaft, am besten eine Biomarke. Dieser wird ganz einfach morgens auf nüchternen Magen getrunken. Nummer 4 Wasser. Die vermehrte Aufnahme von Wasser kann ebenfalls einen Beitrag zur Reinigung des Darms leisten. Eine größere Menge von mindestens 1,5 bis 2 Liter am Tag ist dafür allerdings unumgänglich. Warmes Wasser ist in diesem Kontext übrigens sehr viel effizienter als kaltes und kann einfach über den Tag verteilt getrunken werden. Für viele ist dies eine gut umzusetzende Alternative, die leicht in den Alltag integriert werden kann. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Kennst du vielleicht weitere Hausmittel, die die Darmreinigung unterstützen? Wir würden uns freuen, wenn du zu diesem Thema deine Meinung mit uns teilst und einen Kommentar hinterlässt. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben und teile diese mit deinen Freunden. Um keine weiteren Tipps, Tricks und interessante Informationen zum Thema Gesundheit zu verpassen, abonnier unseren Kanal, aktiviere die Glocke und wir sehen uns bald wieder.